Der Mann, dessen Traum sich erfüllt sollte, macht mit dem Postauto eine Reise durch die Schweiz. Der Mann, dessen Mutter ein Alter. Der Mann, dessen Traum ist, trifft im Postauto die Frau seiner Träume. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Emotionen, ein kleiner Welt jauner, plein d'Emotions und mit einem großen Kopf. Der Mann, der schlägt sich da. Das ist die Klasse. Die Klasse jauner. Die Gelbe Klasse. Eine Reise durch die Schweiz. Ein Postauto-Film. Der Mann, das ist die Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020